Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kuchen, Stollen, alles handgemacht in einer versteckten Backstube in Dörflers. Ja, das ist bloß Familienbetrieb. Meine Schwester, die hat ja eigentlich auch Bäcker geklärt, aber die hat ja das im Laden eben übernommen. Mal meine Oma ja nicht mehr kann, so war die Oma im Laden. Also es ist eigentlich schon eh und je bloß die Familie. Und Eltern sind glücklich, dass du das weitermacht, oder? Mach's mal. Ich denke schon. Bist du glücklich? Ja, schon. Das ist ja ein Kundenstamm, den man sich ja über 40 Jahre ausgebaut hat. Also, naja, wo ich mitkriege. Ich bin jetzt so 53 Jahre, also was ich so aktiv mitkriege. Also zu uns kommen jetzt noch Leute, die kenne ich schon, da war ich ein kleiner Grupp. Das ist ein Laden, wie er vor vielen Jahren ausgeschaut hat. Den habe ich damals umgebaut. Wollte es eigentlich nicht mehr machen, aber nachdem die Töchter Bäcker lernen, habe ich gedacht, naja, dann baut man halt nochmal um. Und macht es halt alles nochmal schöner. Das alte Warnbeck raus und dann nochmal ein neuer machen. Grüße machen wollte ich nicht. Nein, ich habe nichts weiter wie meine eigenen Backwerden. Der ganze Laden, die ganze Fläche ist sechs Quadratmeter. Auf zwei Quadratmeter steht die Töge. Zwei Quadratmeter gehörte Kunstschaft und zwei Quadratmeter für den Verkauf. Und dann haben wir die große Tüte gerätselt, was tun wir da drauf. Und es ist halt dann schon, wenn der Ofen dann so brennt, den wollte ich dann auch so ein wenig mit drauf haben. Und das ist dann schon immer, wie soll ich sagen, was Besonderes, wenn man den so anschührt und so. Und dann haben wir ein paar Bilder gemacht und da hat mir das Bild also auch gut gefallen. Dann nimmt man dann auch recht dünnes Holz. Das muss ziemlich gleichmäßig abbrennen. Also es darf nicht eins sein, das so lang drin ist, wo raucht. Das ist jetzt ja dann, ja das war früh, wo ich geschürt habe, hat er jetzt ja dann noch die Grundhitze. Jetzt tun wir Holz nachschüren. Das brennt dann, ich setze mal so maximal zehn Minuten. Und dann muss man auch die Teile erwischen, wo man dann den Zug wieder zumacht. Sonst ist die ganze Hitze wieder draußen im Schlot. Dann werden auch schon mal besser die Eier dicker. So, nehmen wir die nochmal so an. Das Besondere an die Tierwarensemen oder an Tierwarenbrot oder Stahl? Es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist eigentlich nur das ganz natürliche, wie es die Hausfrau aufbaut. Und sich grundsätzlich von jeglicher Chemie fernhalten. Keine Fertigbackmittel, nichts. Und heute kriegen sie nur, also kein Panellinzucker, sondern Panellezucker. Echte Sachen verarbeiten. Und dann kriegt man das eigentlich her, was so schmeckt, als wenn es die Mutter gemacht hätte. Meistens ist es früh, es ist zähne, wenn ich ins Bett komme. Na ja, und so ein bisschen ungefähr dann wieder aufstehen. Und dann schlafe ich ja dementsprechend dann Vormittag bis Nachmittag dann länger. Nein, nicht so optimal. Also schöner wäre schon, wenn ich abends ein wenig eher ins Bett kommen werde. Du hast Hunde auch, oder? Ja, genau. Huskys. Und irischen Wolfshund habe ich auch noch. Ja? Ja. Und bist du da drauf gekommen? Ja, ich mache Hunde schon eh und je. Mit elf war ich und da haben wir die ersten Hunde gekriegt. Und zuvor halt jahrelange war ein Papa, wenn wir einen Hund haben und so. Und eigentlich hat ja der Fritz gesagt, wenn er mal einen Hund kaufen wird, dann wird er ein Husky kaufen. Und dann war ich noch ganz klein, da kannte ich die dann noch gar nicht. Und dann sind wir mal auf ein Rennen gefahren. Und dann habe ich natürlich das erste Mal gesehen und dann war es schon geschehen. Und dann war es schon geschehen. Und dann war es schon geschehen. Als sechs ist wieder der Laden aufgemacht. Bis sieben ist alles fertig. Bis Mittag sind sie dann so weit weg. Also alles verkauft. Und dann reicht das auch. Und meine Kundschaft, die weiß das. Und dann spielt sich das so ein. Sind das schon die ersten Bestellungen, oder? Ja, das sind die ersten Bestellungen, die jetzt, bevor meine Kundschaft hier reinkommt, die ich schnell wegtue. Und du bist für den Laden zuständig, oder? Aber ich muss sagen, wenn dann Samstag, wenn dann richtig viel los ist, wenn dann früh teilweise schon Schlange bilden vor der Tür, dann muss meine Mutter mit einspringen, dass es ein wenig schneller vorangeht. Und das ist ja ausgeackt zur Bäckerei, oder? Ja, das ist also immer Entspannung pur eigentlich. Das ist so, ja, einfach abschalten. Und dann vor allem, wenn man dann schon ins Wetter ist, wie dann immer ein wenig rausgehen und so, das ist, ja, genau richtig, sage ich jetzt mal. Psst! Ach, das ist ein wenig erschöpft. So, ist ja frei. Ist schon gut. Ja, ja. Verwirkt sich runter, was du denn? Der ist leer. Wolfi! Der ist leer. Wolfi da. Wolfi! Da haben wir ein kleines Problem. Was ist mit uns? Wir haben keinen Schnaps mehr. Der Schnaps ist aus. Hab einen schönen Ritz. So. Ich weiß. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020